Norddeutscher Rundfunk 2021 Du musst ja vorher was sagen, oder? Einfach nur flippen. Zahl. Ich hab Kopf. Das heißt übrigens. Das meinte ich eigentlich. Nimm Kopf. Du nimmst Kopf? Zahl. Ich kann jetzt sagen, wer anfängt. Ja... Du? Ich fang. Alles klar. Manchester City. Arsenal. Chelsea, London. Man U. Liverpool. Ich weiß nicht. Trottenham. Everton. West Ham. Manchester United. Hab ich schon gesagt. Was kommt, wenn du noch einen hast? Crystal Palace. Hatt ich ja noch gesagt. Ähm... Nämlich Albion. Also Brighton, Hove, Albion gibt es. Ja, die wollte ich sagen. Ja, das war klar. Die hab ich mir aufgehoben. Genau. Ich hatte ja auch schon einen. Ähm... Nehmen wir Norwich. Oh, stark. Ähm... Das thematisch schon. Weiß ich so. Leicester City. Hall. Äh... Gibt's ja gar nicht. Ich hab aber auch viel geraten, oder? Bei mir. Länder in Südamerika. Chile. Brasilien. Argentinien. Bolivien. Äh... Venezuela. Kolumbien. Ähm... Peru. Peru. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist gewoll. Ähm... Paraguay. Paraguay. Ähm... Paraguay war ja gut, ey. Schau mal auf den Kopf. Ähm... Ecuador. Gibt's da gar nicht mehr. Kommen nicht mehr so viele, oder? Drei Stück noch. Uruguay. Stark. Jetzt gibt's nur noch zwei, ja? Zwei schwierige. Ah, Gott. Ähm... Hast du noch einen im Kopf? Nein, nein. Müsste ich lügen. Ja. Bei mir war auch nicht mehr so viel, da hab ich auch die ganze Zeit gehofft. Ähm... Kommt nicht mehr so viel. Karim Benzema. Eden Hazard. Gareth Bale. Vinicius Junior. Luka Modric. Brahim Diaz. Toni Kroos. Ähm... Dani Cavajal. Varane. Sergio Ramos. Marcelo. Kelo Navos. Kuro Chua. Kuro Chua. Ähm... Jetzt muss ich überlegen, wie wir ihn noch nicht hatten. Ähm... Vallejo. Lucas Vasquez. Asensio. Casimiro. Weiß nicht. Zidane, der Torwart, ist der noch da? Nein. Ist nicht mehr. Der ist gerade vor ein paar Tagen gegangen. Genau. Vor ein paar Tagen gegangen. Ähm... Zu einer, der jetzt übertrieben auf der Hand liegt wahrscheinlich. Logischerweise. Ähm... So viele neue kenne ich da gar nicht. Ah, Mandy. Ähm... Nacho. Mhm. Ähm... Ähm... Ich weiß vielleicht auch nicht, wie die heißen. Wir sind... Wiesel. Père Merdesacker. Schürrle. Ähm... Klose. Groß. Boateng. Hövelis. Hummels. Mustafi. Schürrle. Hab ich schon gesagt. Götze. Stimmt ja, oder? Äh... Zieler. Haben wir Neuer schon? Gut. Nein. Weidenfeller. Hm... Khedira. Mustafi. Ja, hast du schon gesagt. Ähm... Khedira noch... Drei... 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 Großkreuz. Boah... Wahnsinn, dass der dabei war. Ähm... Ähm... Drei... 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 Dortmund. Hatte ich schon. Hattest du schon gesagt? Ähm... Real Madrid... Drei... 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 Shalke! PSG? Oah, jetzt ist Pokern... Ehm... Mal gucken welche Gruppenspiele die ganze Zeit. Ja, ich überleg gerade. Ich sag jetzt einfach mal... Ne, die waren Europa League. Die waren Europa League. Besikt aus Istanbul. War in Europa League, ne? War in Europa League. Ah, lustig, ah. Glückwunsch! Ja, danke. Dafür nicht, ey. Mesela 1 Vergnügen weekend und lauf und die klar Dritte Rain visuals Minuten аешь Vielen Dank.